Hallo Freunde von NiceFriends, hier ist Cassie. Mensch, wann haben wir das letzte Video gedreht? Zirka eine Woche ungefähr, glaube ich. Ah, wie kam es? Ja, weil du hast flach gelegen, kamst gar nicht mehr hoch. Richtig. Hast du Nierenprobleme gehabt? Ja, also ich hatte eine Unterleibentzündung, die ist auf die Harnweg geschlagen. Ich bin chronisch nierenkrank, das wissen die wenigsten halt. Weil mein Körper war übersäuert. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ja, und dann meinte der Arzt, wo wir halt waren, ja, ich sollte mich jetzt so wenig wie möglich bewegen. Ich habe auch höllische Schmerzen. Ja, und dann habe ich mich halt sieben Tage wirklich hingelegt. Ja. Auskuriert. Ja, auskuriert. Ich bin immer noch nicht fit. Ich muss immer noch aufpassen, Freunde. Ich muss mich immer noch warm halten. Aber ich hoffe, dass das bald wieder wird und dass wir so schnell wie möglich wieder richtig loslegen können. Mhm. Also danke aber für die ganzen Abos. Danke, dass ihr halt geblieben seid. Wir freuen uns über jeden. Und, ähm, ja. Ja, prima. Und dann kann man sagen, demnächst, soweit ihr wieder, schätze mal so paar Tage wird es noch dauern. Ich glaube. Schätze mal so drei, vier Tage sagt man hinterher. Und danach... Macht euch keine Sorgen. Ich habe hier Tabletten. Ich bin hier voll versorgt. Also kein Ding. Hat mit Corona auch nichts zu tun. Das betone ich jetzt einfach mal. Ich liebe Nieren. Das ist nur eine blöde Versorgung von den Nieren. Ja. Ja. Und die tut weh. Und das tut völlig weh. Und ist echt unangenehm. Aber das wird schon wieder. Genau. Okay, dann. bis zum nächsten Mal. תי